Was war der Grund, Geld langfristig so anzulegen, wie man es selbst für richtig hält? Das heißt, dass man seinen fundierten Überzeugungen folgen kann und sich nicht am Inhalt eines Index- oder kurzfristigen Renditeerwartungen ausrichten muss. Also ich glaube, was die Performance anbetrifft, ja. Was das Volumen anbetrifft, hat die Entwicklung unserer kühnsten Erwartungen eigentlich übertroffen. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an die Anleger, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Ja, wann wird es zu viel? Zu viel wird es dann, wenn man bei seinen eigenen Anlageentscheidungen gehemmt ist, dass man nicht mehr nach seinen Überzeugungen handeln kann. Und das ist, glaube ich, weniger eine Frage der Größe als eine Frage der richtigen Erwartungshaltung. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so einzelne Meilensteine gab. Wir hatten in den letzten zehn Jahren sehr viele bemerkenswerte Ereignisse an den Kapitalmärkten, teilweise auch dramatischer Natur, wenn man an die Finanzkrisen denkt. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, uns es ganz gut gelungen ist, diese Krisen zu meistern und danach auch wieder ordentlich mit den Märkten nach oben zu laufen. Ja, wenn man viele Entscheidungen trifft, dann macht man naturgemäß auch Fehler. Entscheidend ist, die Konsequenzen dieser Fehler zu begrenzen. Stichwort Diversifikation. Und natürlich auch aus den Fehlern zu lernen. Was ist Robust? Ja, Robust, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, natürlich liegt man auch mal genau richtig. Dann kauft man die Aktie unten nah am Tief oder sichert vor einer Korrektur ab. Aber viel entscheidender als mal genau richtig zu liegen, ist in der Summe der Entscheidungen richtig zu liegen. Denn investieren ist letztlich ein Marathon. Geduld. Oh, das mit der Geduld war bei mir ein sehr langwieriger Lernprozess. Mein Investment-Tagebuch hat mir hierbei sehr geholfen. Es geht darum, Anlageentscheidungen zu überprüfen und natürlich auch aus eigenen Fehlern zu lernen. Was ist Investieren? Ja, investieren ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Die größte Herausforderung, die wir haben, wird das Tiefzins-Nullzinsumfeld sein und die Bewertung der Kapitalanlagen. Ich bin aber optimistisch, dass es uns auch in der zweiten Dekade des Fonds gelingt, gute Ergebnisse zu erzielen. Bewertung der유EE Bewertung der Geschwindigkeit